Der Kiebitz ist eine monotypische Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer. Er brütet typischerweise in den Marschwiesen, auf Vordeichwiesenflächen und anderen Weidelandschaften der Niederungen. Der Wartvogel mit den breiten, paddelförmigen Flügeln ist für seine spektakulären Balzflüge bekannt, die auch als Gauken bezeichnet werden. Kiebitze kommen in Rasien vor, außerhalb der Paarungszeit, also von Juli bis März. Können sie in größeren Schwärmen im Wart und auf küstennahen Flächen auftreten. Kiebitze sind Bodenbrüter, ihre Eier galten früher als Delikatesse, dürfen heute aber nicht mehr gesammelt werden, da die Anzahl der Kiebitze mittlerweile stark zurückgegangen ist. Aussehen Der Kiebitz wird mit 28 bis Körperlänge etwa taubengroß, die Flügelspannweite liegt dann zwischen 70 und 80 cm. Adulte Kiebitze haben einen metallisch-grün-grau schimmernden Mantel mit einem blau-violetten Schulterfleck. Der Bauch ist weiß gefärbt mit einem schwarzen, scharf abgegrenzten Brustbind. Der Kopf ist weiß mit schwarzer Stirn, die in einer langen zweizipfligen Haube ausläuft, die als Holle bezeichnet wird. Vom schwarzen Schnabel ausgehend verläuft eine unscharf abgegrenzte schwarze Binde unter dem Auge zum Hinterkopf. Der Unterleib ist verwaschen Sandfarben bis Rostorange eingefärbt. Im Brutkleid unterscheidet sich das Männchen vom Weibchen lediglich durch eine längere Holle, eine etwas intensivere Schwarzfarbung sowie durch den durchgehenden Kehlfleck. Für einen Regenpfeifer besitzen Kiebitze vergleichsweise kurze Beine, die dunkelrot bis braun gefärbt sind. Im Schlichtkleid ist bei beiden Geschlechtern das Kinn und der Vorderhals weiß. Die Federn der oberen Handdecken und Schultern sind blass-gelb-braun gesäumt, was ein schuppenartiges Muster erzeugt. Die Holle ist deutlich kürzer als im Brutkleid. Juvenile Kiebitze sehen aus wie Adulte im Schlichtkleid, haben zudem aber breitere, gelb-braune Federsäume sowie ein deutlich helleres, braun gefärbtes Brustbind. Das Flugbild des Kiebitzes ist charakteristisch und unverwechselbar. Kiebitze fliegen mit lockeren, gemächlichen Flügelschlägen. Die Flügel selbst sind auffällig breit und paddelförmig gerundet. Durch die im Flug blinkende schwarze Ober- und schwarz-weiße Unterseite kann man fliegende Kiebitze schon aus weiter Entfernung bestimmen. Kiebitze sind während der Brutzeit sehr stimmfreudig, ihre Rufen klingt klagend schrill wie Kie oder Kiewit, was ihnen den deutschen und auch den niederländischen Namen Kiewit eingetragen hat. Im Balzflug kann mit den Flügeln ein wummerndes Geräusch erzeugt werden. Verbreitung Brutareal der Kiebitz ist in seiner Verbreitung auf die Palaeaktis beschränkt. Er brütet in einem Gebiet, das von Großbritannien und Irland im Westen bis nach Ostsibirien reicht. Die nördliche Verbreitungsgrenze in Fino-Skandinavien stellt etwa der 70. und im europäischen Teil Russlands der 65. nördliche Breitengrad dar. In Europa liegt die südliche Verbreitungsgrenze etwa beim 40. nördlichen Breitengrad, in Spanien kommt er allerdings auch etwas südlicher vor. Weiter im Osten dient sich sein Brutareal bis in die Türkei, in den Nordwesten des Irans, nach Kasachstan, die Mongolei und den Norden Chinas aus. Zugverhalten der Kiebitz ist ein Zugvogel, in manchen Teilen seines Verbreitungsgebietes auch ein Strich- oder sogar Standvogel. Das Überwinterungsgebiet ist von der 3-Grad-Isotherme nach Norden hin begrenzt, wobei sich Kiebitze je nach der aktuellen Wetterlage auch weiter im Norden oder Süden aufhalten. Zu den Überwinterungsgebieten gehören Großbritannien und Irland, die Niederlande, die iberische Halbinsel, der Mittelmeerraum inklusive Nordafrika, der Nahe Osten, Südwestasien, Nordindien und der Südosten Chinas. Überwinternde Kiebitze können auch in Burma, Taiwan, Südkorea und Japan beobachtet werden. Im Südwesten ihres Brutareals sind Kiebitze Standvögel. Im übrigen Gebiet sind sie Zugvögel, wobei die klimatischen Bedingungen einen starken Einfluss auf die Zugbewegungen haben. Der Teil der europäischen Population, der sein Brutareal verlässt, zieht in südlicher und südwestlicher Richtung. Zugbeginn ist im Mittsommer, die Hauptzugzeit fällt jedoch in die Herbstmonate. So wird in Dänemark eine erste Welle durchziehender Kiebitze bereits im Juni und Juli beobachtet. Es handelt sich dabei um nord- und osteuropäische Brutvögel. Die größte Zahl durchziehender Kiebitze, nämlich etwa 100.000 bis 200.000 Kiebitze, sind im August zu beobachten. Dabei handelt es sich um Kiebitze, die sich noch in der Mausa befinden. Eine dritte Zugwelle von Kiebitzen, die weiter im Osten ihre Mausa durchlaufen hat, erscheint in Dänemark im Oktober und November. In Israel sind nach Süden ziehende Kiebitze ab Ende August bis Ende Dezember zu beobachten. Der Höhepunkt des Zuges hier ist der Zeitraum von Ende Oktober bis Ende November. Der Heimzug ins Brutgebiet beginnt in Westeuropa und im Nahen Osten bereits Ende Januar mit einem Zughöhepunkt im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März. Kiebitze halten sich damit in ihren südlichsten Überwinterungsquartieren nicht mehr als zwei Monate auf. Wichtige Rastplätze In Westeuropa sind es insgesamt 46 Gebiete, in denen während der Zugzeiten mehr als 20.000 Kiebitze gezählt werden und die deswegen eine hohe Bedeutung als Rastplätze haben. 22 davon befinden sich in Deutschland, 12 in Frankreich, 8 in Großbritannien und je 2 in den Niederlanden und in Irland. Zu den wichtigen deutschen Rastplätzen zählen unter anderem die Niedermoorlandschaft Römmling, das Elbtal in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Marschen der Unterelbe, der Finnerbruch, der Greifswalderboden, die Hellwegböden, das Haveländische Lucht, der Jadebusen, der Putzara und Gallenbecker See, die Belziger Landschaftswiesen, das Reiderland sowie, als bedeutsamster Rastplatz das gesamte Wattenmeer. Im Südosten Europas ist der wichtigste Rastplatz die Lagune von Karawasta, wo sich im Winter mehr als 20.000 Kiebitze aufhalten. Lebensraum Kiebitze brüten hauptsächlich in offenen, flachen Landschaften mit kurzem oder gar keinem Gras auf Wiesen und Weiden, gerne an Gewässerrindern, auf Feuchtwiesen, Heiden und Mooren. Kiebitze brüten auch auf Feldern und Äckern. Während des Winters und der Zugzeit halten sich Kiebitze auch auf abgeernteten Feldern und auf gepflügten Äckern auf. Im Winter sieht man die Vögel weitläufig verteilt auf alten Weiden, aber auch als Trupps auf Schlammflächen. Ernährung Kiebitze ernähren sich von Insekten und deren Larven, Würmern und anderen Wirbellosen. Pflanzliche Stoffe spielen nur eine untergeordnete Rolle. Gelegentlich werden Samen vom Boden aufgepickt. Kiebitze sind Tag und Nacht aktiv. Manche Vögel fressen sogar vorwiegend bei Nacht. Brut-Biologie Kiebitze sind sehr standorttreu. Außerdem sind sie monogam, das heißt die Partner bleiben ein Leben lang beieinander. Polygamie Ein Männchen hat mehrere Weibchen, beim Kiebitz zumeist zwei, kommt jedoch auch vor. Sie brüten in der Regel bereits im zweiten Kalenderjahr und kommen zum Brüten meist an ihren eigenen Geburtsort zurück. Ankunft und Eiablage Kiebitze sind relativ früh am Brutort anzutreffen, im März, sofern es nicht mehr friert. Nach der Ankunft bilden sich Territorien, die vom Männchen mit spektakulären Balzflügen verteidigt werden. Hier vollbringt das Männchen akrobatische Flugmanöver mit seitlich kippenden Sturzflügen. Es wirft sich laut rufend in der Luft hin und her und trudelt senkrecht zu Boden, wobei die Flügel die lautwummernden Geräusche verursachen. Kiebitze brüten meistens semi-kolonial, die H in kleineren Gruppen von 2 bis 20 Paaren mit Höchstdichten von 9 Paaren. Kiebitze sind oft mit anderen Wiesenvögeln wie Uferschnäpfen und Ruhschenkeln vergesellschaftet. Es gibt vereinzelt auch einzelne Bruten. Das Männchen legt mehrere Nestmulden in kurzrasiger Vegetation an, indem es seinen Oberkörper auf den Boden drückt und mit kreisenden Bewegungen eine Mulde in den Boden dreht. Es ist bekannt, dass Kiebitze ihren Neststandort nach der Farbe des Untergrundes auswählen, dabei werden Brauntöne anscheinend bevorzugt. Das Nest ist eine Mulde am Boden und wird häufig mit Halmen und anderen Pflanzenteilen gepolstert. Das Weibchen inspiziert diese Nestmulden und legt in das von ihr ausgewählte 4 Eier. Diese liegen meist in der Fülle mikolencharakteristischen Kreuzform im Nest, mit den Spitzen schräg nach unten zur Nestmitte gekehrt. Brutzeit und Kükenaufzucht Ein Gelege besteht meistens aus 4 beigefarben bis braungefleckten Eiern. In sehr seltenen Fällen werden 3 oder 2 Eier gelegt. 4 Eier werden von einem weiblichen Kiebitz in etwa 5 Tagen gelegt. Beide Altvögel bebrüten die Eier 21 bis 28 Tage lang, bis die Küken schlüpfen. Während dieser Zeit wird das Nest von beiden Altvögeln vehement gegen Räuber verteidigt. Luftfeinde wie Greifvögel werden durch aggressiv schnelle und imposante Luftangriffe abgewehrt, unterstützt von lauten Rufen. Häufig helfen Vögel von umliegenden Nestern bei dieser Abwehr. Wird das Nest prädiert und ist es noch nicht spät in der Saison, so legt das Weibchen bis zu 2 Ersatzgelege. Beide Elternteile kümmern sich um die Kükenaufzucht. Die Küken sind Nestflüchter und verlassen das Nest bereits wenige Stunden nach dem Schlupf. Dann werden sie bis zu 5 Wochen lang noch von den Eltern geführt, bis sie flügge werden. Diese Zeit verbringen die meisten Familien in der direkten Umgebung des Nestes. Andere wandern mit ihren Jungtieren bis zu 3 Kilometer weiter in Gebiete, die den Jungtieren mehr oder bessere Nahrung bieten. In den ersten 10 Tagen ihres Lebens sind die Küken noch nicht in der Lage ihre Körpertemperatur selbst zu regeln. Deshalb müssen die Küken noch gewärmt werden, was meistens vom Weibchen übernommen wird. Die Sterblichkeit der Küken in den ersten 10 Tagen ist deshalb besonders bei kalten Wetterverhältnissen sehr hoch. Mit 35 Tagen sind die Küken voll befiedert und flugfähig. Bestandsentwicklung und Gefährdung Der Kiebitz ist grundsätzlich eine Art, deren Bestand aufgrund von Witterungseinflüssen stark schwankt. Negativ auf die Bestände wirken sich unter anderem kalte Winter und Frühjahre mit hohen Niederschlägen aus. Seit dem 19. Jahrhundert kommt es außerdem durch Habitatveränderungen zu deutlichen Bestandsänderungen. So kam es in weiten Teilen Deutschlands und der Schweiz seit dem 19. Jahrhundert zu erheblichen Rückgängen der Kiebitz-Population. Im Süden Deutschlands, in Teilen Norddeutschlands und der Schweiz erreichte dieser Bestandsrückgang in den 1920er und 1930er Jahren seinen ersten Tiefpunkt. In anderen Regionen Mitteleuropas wie beispielsweise den Niederlanden, dem Nordosten Deutschlands und in Polen hielt der Rückgang allerdings länger an und wehrte im Nordosten Mitteleuropas bis in die 1960er Jahre. In der Schweiz und in Nordrhein-Westfalen kam es regional dann wieder zu starken Bestandszunahmen, die bis in die 1970er Jahre anhielten. In Belgien, den Niederlanden, Österreich und anderen Teilen Deutschlands war dies regional bis in die 1980er Jahre zu beobachten. Lichtenstein, Flandern und das Saarland wurde zwischen 1960 und 1971 von Kiebitzen wieder besiedelt. Zu der Bestandserholung trug bei, dass Kiebitze zunehmend auf Agrarflächen brüteten und wärmere Frühlinge zu geringeren witterungsbedingten Gelegeverlusten führten. In den Niederlanden, das als das kiebitzreichste Land der Erde gilt, entstanden durch großflächige Eindeichungen viele neue Brutabilität. Seit den 1980er Jahren führten eine veränderte und intensivere Bewirtschaftsmethode von Land- und wasserwirtschaftliche Veränderungen zu einem andauernden Habitatverlust. Dabei spielen unter anderem die Umstellung auf Wintergetreide, eine zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft, Flurbeeinigungen und eine hohe Verwendung von Umweltchemikalien und damit Rückgang der als Nahrung verfügbaren Insekten. Eine Vorverlegung der Mat-Einrückgang extensiver Weidewirtschaft und fehlende Frühjahrsüberschwemmungen eine Rolle. Wegen dieser fortschreitenden Zerstörung seiner Lebensräume haben die Bestände beispielsweise in Deutschland stark abgenommen. So betrug der Bestand um 1999 nur noch 60% des Bestandes von 1975. Unter anderem wegen dieses starken Rückgangs war der Kiebitz Vogel, des Jahres 1996. Der Kiebitz gehört in Deutschland zu den streng geschützten Arten nach 10 ABS. 2 Nummer 11 Benatschgrund ist zudem als eine Verantwortungsaat innerhalb der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung eingestuft. In Deutschland schätzte man den Brutbestand zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf 67.000 bis 104.000 und in den Niederlanden auf 200.000 bis 300.000. Brutpaare Der Bruterfolg von Kiebitzpaaren gilt in den meisten mitteleuropäischen Regionen als zu gering für einen Bestandserhalt. Bestandszunahmen und Bestandsstabilität ist häufig nur eine Folge des Zuzugs fremder Individuen. Trotz dieser Staatenabnahme in Europa wird der Kiebitz weltweit auf der internationalen roten Liste der geschützten Arten als Least-Concern geführt. Weil unter Einbeziehung der asiatischen Population weder der Gesamtbestand noch das Verbreitungsgebiet noch die Geschwindigkeit des Bestandsrückgangs eine unmittelbare globale Gefährdung der Art erkennen lassen. Insgesamt gibt es in dem relativ großen Verbreitungsareal noch 5.200.000 bis 10.000.000 Kiebitze. Lebenserwartung Der älteste Kiebitz wurde nach Ringfunden 18 Jahre alt. Die jährliche Mortalitätsrate beträgt etwa 25 bis 30 Prozent für Adulte, für Einjährige etwa 35 bis 40 Prozent. Kiebitz und Mensch Im alten Ägypten wurde der Kiebitz als Synonym sowohl für den Namen des Volkes der Rechit als auch für die Kennzeichnung als unterwürfige Klasse verwendet. Im 18. Jahrhundert waren Kiebitzeier eine Delikatesse an herrschaftlichen Tafeln, so verlangte beispielsweise Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen im März 1736 die Lieferung von guten und frischen Kiebitzeiern. Auch Reichskanzler Otto von Bismarck bekam jedes Jahr zu seinem Geburtstag am 1. April jeweils 101 Kiebitzeier von einer Stammtischrunde aus der Stadt Jewa. Bismarck bedankte sich 1883 bei den Getreuen von Jewa mit einem eiförmigen Pokal, dessen Deckel ein Kiebitzkopf ziert. In Deutschland wird das Kiebitzeiersuchen schon lange nicht mehr praktiziert. In der gesamten Europäischen Union ist das Sammeln von Kiebitzeiern verboten. In den Niederlanden durften in der Provinz Friesland noch bis 2006 Kiebitzeier gesucht und verspeist werden. Es ist dort noch immer ein Volkssport, das erste Kiebitzei des Jahres zu finden und der Königin zu übergeben. Dazu gehen hunderte von Menschen jedes Jahr auf die Wiesen und Weiden. Derjenige, der das erste Ei findet, wird wie ein Volksheld gefeiert. Heute nur noch zum Suchen, früher auch zum Sammeln von Kiebitzeiern, benötigt man dort eine Lizenz, mit welcher man sich gleichzeitig zum Schutz von Wiesenvögeln verpflichtet. Alle Eiersucher gehen auf die Wiesen, um Nester zu markieren, sodass die Landwirte darum herumfahren können. Oder stellen Schutzvorrichtungen über die Nester, sodass sie vom Weidewien nicht zertrempelt werden können. Ähnlich Programme werden auch in Nordwest-Niedersachsen durchgeführt, um so zumindest die Landwirtschaft als Verlustursache für die Gelege auszuschließen. Belege Literatur Hans-Günter Bauer Einhard Betzel und Wolfgang Fiedler Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz Band 1 Non-Passe Reformist Nichts Perlingsvögel Aula Verlag Wiebelsheim Wiesbaden 2005 ISBN 3-89104-647-2 A. Jade Beintemont O. Müt D. Ellinger Ekologische Atlas van den Nederlänse Weidevogels Schwied und Empko Haarlem 1995 ISBN 906097-3917 Simon Delany Derek Scott Tim Dortmund David Straut An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Asia Wetlands International Wageningen 2009 ISBN 978-90-5882-0471 Josep del Hoyo Andrueliet Jordi Sackertal Handbook of the Birds of the World Vol. 3 Hoazin Toaugs Lynx Editions Barcelona 1996 ISBN 8487334-202 Gerhard Coica und Claudia Verena Bocco der Kibitz Flugkünstler im offenen Land Wiesbaden 1997 97 Einzelnachweise Delany Ioll S 128. Delany Ioll S 128. Delany Ioll S 128. Delany Ioll S 128. Delany Ioll S 129. Delany Ioll S 131. Delany Ioll S 132. Delany Ioll S 131. Bauer Real S 434. Zitiert nach Coica Bocco der Kibitz Wiesbaden 1997 S 28. Bauer Real S 435. Bauer Real S 434. Arten in besonderer Verantwortung Deutschlands auf der Homepage des Bundesamtes für Naturschutz abgerufen am 3. Juni 2016 10. Bauer Real S 434. Vanellus Vanellus in der Roten Liste Gefährdeter Arten der IUCN 2011 Eingestellt von BirdLife International 2009 Abgerufen am 13. November 2011 Wiesnvogelschutz Die Weblings der Kibitz Bilddokumentation Wiesnvogelschutz Schutzprogramm für Kibitze im Emsland Vanellus Vanellus in der Roten Liste Gefährdeter Arten der IUCN 2008 Eingestellt von BirdLife International 2008 Abgerufen am 15. Dezember 2008 Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Vanellus Vanellus in der Internet Bird Collection Alters- und Geschlechtsmerkmale von J. Blasco zu Meta und G. M. Heinze